Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Let's Player Vorstellung. Ich werde dann jetzt doch nochmal neu anfangen mit dieser Let's Player Vorstellengeschichte. Ich habe irgendwann schon mal ein Video gemacht, als ich eigentlich wieder damit anfangen wollte, hier auf the Xalas94, aber jetzt werde ich es dann wirklich machen und ab und zu Let's Player vorstellen. Ihr könnt euch auch gerne bewerben, wenn ihr wollt. Ich habe noch einige Leute, die sich irgendwann mal beworben haben, das ist schon ganz schön lange her. Ja, aber damals bin ich irgendwie nicht dazu gekommen, weil ich so viel gezockt habe. Und jetzt nehme ich mir einfach mal die Zeit und werde hier ein paar Let's Player vorstellen auf the Xalas94. Bevor ich jetzt aber zu einer Vorstellung komme, eine Sache vorweg. Die Videos werden dann kommen, wann ich will. Kann sein, dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass es fünf Tage täglich hier so ein Part gibt und dann zwei Wochen nichts, keine Ahnung. Also wenn ihr auf den Keks geht mit, wann komme ich denn in die News oder so, also wann werde ich vorgestellt, den werde ich sofort rausstreichen aus der Liste. Außerdem, falls mir irgendwer dumm kommt mit, warum stellst du den vor und nicht mich, der wird ebenfalls sofort rausgestrichen und auch sowieso geblockt. Denn ich habe mit ThePlayer News da schon einen Kanal untergehen sehen, weil ich mich für eine Community eingesetzt habe, die mich hasst. Und das werde ich jetzt mit meinem Let's Play Kanal nicht nochmal machen. Das heißt, wer mir irgendwie gegen den Strich geht, was diese Let's Player Vorstellung hier angeht, der wird aus sämtlichen Listen rausgestrichen und auch von mir geblockt, weil ich darauf keinen Bock mehr habe. Außerdem, und das stelle ich mir frei, werde ich nicht nur Leute vorstellen, die sich bewerben, sondern auch Leute, die ich selbst will. Zum Beispiel Leute, die ich persönlich kenne oder keine Ahnung. Möglicherweise werde ich irgendwann auch mal noch den einen oder anderen vorstellen, der schon bekannter ist. Keine Ahnung, werden wir sehen. Also natürlich jetzt kein Good Gaming LP, den kennt ja sowieso jeder, der irgendwann mal ein Video bei mir auf dem Kanal geguckt hat. Aber, jo, also wenn ihr jetzt irgendwann kommt und beschwert euch, weil ich jemanden vorstelle, der schon, keine Ahnung, 1000 Abos hat, dann wisst ihr aber, was passiert. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen hart, viele werdende Player News dann nicht kennen, aber ich werde mir meinen Let's Play Kanal definitiv nicht von Leuten kaputt machen lassen, die meinen, ich soll irgendwie dafür büßen, dass ich Let's Player vorstelle. Also, whatever, jetzt fangen wir auch an. Achso, ne, eine Sache vorher doch noch. Jetzt kam ja schon ewig kein Video mehr, liegt daran, dass ich momentan nicht hochladen kann. Dazu kommt aber irgendwann noch, beziehungsweise was heißt momentan, also es ist mit dem Hochladen bei mir nicht mehr so easy, wie es jetzt die ganze Zeit war, die letzten Monate, dazu kommt aber später nochmal ein Video. So, jetzt fange ich auch wirklich an mit der Vorstellung und ich fange auch jetzt bei dieser neuen Runde, sage ich mal, oder was heißt neuen Runde? Bei dem anderen hatte ich nur eins gemacht. Naja, ich fange jetzt direkt mal mit jemandem an, der sich gar nicht selbst beworben hat, sondern den ich durch Zufall irgendwie gefunden habe. Ich habe gar keine Ahnung, wie. Auf jeden Fall hat er den zweitbesten Namen auf YouTube überhaupt, nämlich Dixadas LP. Also fast Dixadas 94, nur statt dem 94 eben ein LP. Und er macht das beste Spiel aller Zweiten, nämlich er macht ein Let's Play zu Gothic 3. Wie man hier auch sieht, das ist gerade das Featured Video. Der 74. Part ist da gerade rausgekommen. Der ist also von den Parts her fast genauso weit. Im Spiel ist er allerdings viel weiter. Gut, seine Parts dauern zum einen länger, wie man sieht. Also er macht keine 10-Minuten-Parts, wie ich das getan habe und in Zukunft auch tun werde. Das liegt ja bei mir an Zeitmangel. Er hat wohl ein bisschen mehr Zeit. Er schafft es jeden Tag hier. Ein Gothic 3 Part, der länger ist als 10 Minuten. Hier haben wir 24 Minuten. Also bei ihm sind die nicht immer alle gleich lang. Also nicht alle 15 Minuten, sondern immer durcheinander. Also der Neueste ist nur 14 Minuten, in Anführungszeichen. Dann aber hier 19, 16, dann 24. Es gibt sogar den einen oder anderen, der noch länger ist, wenn man weiter zurückgeht. Und dann auch mal den einen oder anderen kürz und dazwischen eben. Jo, bei ihm kommen jeden Tag im Regelfall zwei Videos, wie ihr seht. Einmal Let's Play Gothic 3 und dann ein LPT von dem guten alten Minecraft. Der ist sogar, was die Parts angeht, fast gleich. Guck mal hier, 74, 75. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Man kann gegen die Videoqualität gar nichts sagen. Der hat hier Full HD eingeschmissen. Das geht ja auf jeden Fall klar. Ich gucke in 240p. Nicht verwirren lassen, wer jetzt denkt, was macht der Monk denn? Wieso guckt der 240p, Alter? Was geht in dem seinem Gehirn ab? Ich habe so lange so das Internet und dann lädt das Video nicht und mir ist die Videoqualität sowieso relativ schnuppe. Ich höre meistens nur zu und selbst wenn reicht mir das hier noch notfalls. Deswegen habe ich hier 240p eingestellt. Aber er hat ja 1080p drin. Das sieht auch gut aus. Ich habe mal kurz reingeschaut. Ungefähr vier Sekunden, wie es aussieht. Wenn ich das auch weiß, sieht gut aus. Der Sound passt ebenfalls. Ich werde jetzt nichts vorspielen. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal gemacht habe. Ich werde es jetzt definitiv nicht machen. Aber der Sound geht auf jeden Fall in Ordnung. Man versteht ihn ab und zu mal ein bisschen zu leise, wie ich finde, jetzt auch am Anfang dieses Parts hier war es so. Also, jo, vielleicht noch ein klein bisschen lauter stellen das Mikro. Aber an und für sich passt das mit der Soundqualität auf jeden Fall. Und mehr kann man zu der Quali auch nicht mehr sagen. Das Kanal-Design ist super. Mir gefällt das klasse. Das Logo ist einfach nur einsame Spitze. Kann man das nicht noch irgendwie... Ach nee, kann man nicht. Aber ich mache hier mal Grafik anzeigen und zoome mal ran. So, das ist natürlich total... Naja, das sieht man auch nicht so schön. Aber das Logo ist wirklich richtig geil gemacht, wie ich finde. Also, TXLP eben. Logischerweise. Und sieht ziemlich gut aus. Das Ganze findet sich dann hier eben dann auch in größerer... Schreibweise kann man nicht sagen. Aber in größerem Format eben wieder. Was steht denn hier? Ich dachte, da steht TXLP. Aber jetzt ist mir gerade... Ach, zocken, bis der Arzt kommt. Ja, schön. Sollte man vielleicht auseinander schreiben. Naja, ist ja auch wurscht. So, das kann ein Kanal-Design. Finde ich auf jeden Fall super. Hier da mit Xardas. Das ist der gute alte Xardas. Für die Leute, die den immer noch nicht kennen. Sollte man eigentlich kennen, wenn man irgendwann mal bei mir auf dem Kanal war. Und ja, wie ihr seht. Er lädt eben momentan jeden Tag zwei Videos hoch. Und auch wirklich jeden Tag. Also, da ist nicht mal ein Tag, wo nur eins kommt oder so. Sondern er zieht das knallhart durch. Und da, bei mir schreiben ja ab und zu schon mal Leute, ich hab zu wenig Klicks. Aber guckt euch mal den an. Also, der ist jetzt wirklich nicht schlecht. Der hat auch einen guten Kommentarstil. Und der hat hier vier Aufrufe. Drei Aufrufe. Fünf Aufrufe. Vier Aufrufe. Sechs Aufrufe. Zwei Aufrufe. Das ist ja nun mal viel, viel, viel zu wenig. Vor allem, da er ja mittlerweile auch schon auf 50 Abonnenten gekommen ist. Also, schaut bei dem auf jeden Fall mal rein. Wenn es euch gefällt. Bei mir sollte ja der ein oder andere Gothic- und auch Minecraft-Fan vorhanden sein. Könnt ihr mal bei dem vorbeischauen. Wieso geht denn das da nicht weg, Alter? Achso, dann muss ich hier wieder draufklicken. Ich bin jetzt total verwirrt. Er macht aber ab und zu auch mal Specials, kann man sagen. Na, vielleicht nicht unbedingt Specials. Aber eben auch andere Videos, wie nur die beiden. Ja, beziehungsweise Videos über andere Spiele. Zum Beispiel hier den Chirurgie-Simulator. Den ja auch GameTube, glaube ich, gemacht hat, oder? Der Michel Obermeier. Das ist ja, glaube ich, auch gemacht. Hier ein Infovideo, okay. Jo. Und wir werden irgendwann mal auch noch was zusammen machen. Also, ich werde irgendwann zu Gast sein in seinem Let's Play Together Minecraft hier. Okay, jetzt habe ich auch noch Minecraft. Also, Let's Play Together Minecraft. Da werde ich irgendwann auch mal auftauchen. Aufgrund seinem tollen Namen habe ich ihm versprochen, dass ich irgendwann mal mitmache. Auch wenn da irgendwie die Zeit fehlt. Aber irgendwann bin ich mal dabei. Versprochen. Falls du das jetzt auch siehst. Ja, also, da werde ich auf jeden Fall nochmal... Irgendwann werde ich mitmachen. Und, äh, ja, für meine Zuschauer. Also, falls ihr da wirklich dranbleibt, irgendwann bin ich auch mal dabei. Falls das Let's Play überhaupt noch so lange, so lange geht. Aber nicht, wir machen irgendwann mal was zusammen. Dexalas LP, für den Namen muss man einfach, äh, belohnt werden. So. Okay, meine Damen und Herren, das war's dann erstmal wieder mit dieser Let's Play-Vorstellung. Ich hoffe, ähm, ich konnte euch da so ein bisschen einen Let's Player empfehlen. Ähm, ich habe ihn auch selbst abonniert, seht ihr hier oben. Zwar gerade erst seit heute, weil ich hatte die ganze Zeit irgendwie, äh, den nicht abonniert, sondern bin immer nur so auf den Kanal gegangen, um ab und zu mal reinzugucken. Also, ich gucke so einmal die Woche rein. Wie ihr wisst, ich bin ja kein großer Let's Play-Schauer. Ähm, das... Und einmal die Woche ist für mich oft in einen Kanal reinschauen, aber Gothic 3 kann ich mir immer geben. Achso, man könnte hier auch noch andere Let's Plays erwähnen. Mein Set, oder mein Sie, wie es heißt, und Slender macht er scheinbar auch irgendwann mal. Das habe ich jetzt... Wusste ich aber gar nicht, habe ich noch nie gesehen, wenn ich auf dem Kanal war. Ähm, finde ich jetzt auch nichts. Naja, ist ja auch wurscht. Äh, und in Zukunft ist geplant Limbo. Oh, das müsste ich auch mal noch zocken. Das habe ich nämlich noch gar nicht gespielt. Donkey Kong Country, 1 bis 3. Ich habe nur einen Donkey Kong gespielt. Naja, Arkania. Oh, willst du das wirklich antun? Naja. Gut, Arkania geht eigentlich auch noch. Und Arkania Vollhofs-Tarif geht auch noch, weil das ja nur eine Minute dauert. Ja, aber Arkania ist schon kein gutes Spiel, aber okay. Äh, ich habe es mir auch reingezogen. Mir hat es sogar noch Spaß gemacht, aber ein wirkliches Gothic war es ja nicht mehr. Aber die meisten Gothic-Fans können sich das ja gar nicht antun. Bestes Beispiel, ich besag. Eventuell macht er sogar noch Gothic 1 und 2. Na, sieh mal eine an, da kommt jeder Gothic-Fan auf die Kosten, äh, auf seine Kosten. Dann macht er noch Portal 2. Ach, und Broforce, was immer das sein wird. Wahrscheinlich das Spiel von Barney Stinson. Terraria und Portal leider sogar schon abgeschlossen. So, das war es jetzt aber wirklich mit der Vorstellung. Ähm, von Zyxadas, äh, LP. So. Also, Zyxadas LP, schaut euch den Kanal mal an, wenn ihr wollt. Wenn ihr Bock habt auf Gothic 3 und oder Minecraft. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Morgen wird es auf jeden Fall nochmal eine Vorstellung geben. Es sei denn, YouTube spackt rum, weil hier im Saarland, wenn ich hier hochlade, spackt YouTube öfters mal rum, was den Upload abgeht. Aber auf jeden Fall, dann wird übermorgen eine Folge kommen, weil ich werde jetzt direkt hier danach nochmal eine aufnehmen. Von daher, jo. Wir sehen uns ein anderem Mal. Und für alle, die sich noch Let's Play mäßig irgendwie interessieren bei mir, was ja doch die meisten sein werden. Äh, da kommt eben dann noch ein Infovideo und es wird auch wieder weitergehen. In dem Infovideo werde ich euch mal zeigen, wie viel Gothic 3 ich schon wieder aufgenommen habe. Ähm, ja, okay. Das war's von mir und tschüss. Das war's von mir und tschüss.